So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Morning Meeting heute am Donnerstag, den 13.05.2021. Ja, wenn wir nicht schon genügend Input gehabt hätten, den wir heute ab hätten arbeiten können im Hinblick auf die Inflationszahlen gestern aus den USA, die, man möchte es nicht übertreiben, aber fast schon historische Ausmaß angenommen haben, dann kommt über Nacht oder gestern Abend spät in den Abend hinein über Nacht die nächste News, die heute früh bei mir dann über den Ticker läuft im Hinblick auf Donald Trump, sage ich schon, Elon Musk und die Twitter Payments, äh, die Twitter, über Twitter Payments, in Bitcoin für Tesla, so rum, ähm, die jetzt plötzlich wieder, ähm, nicht möglich sein sollen, die Bitcoin innerhalb kürzester Zeit massiv auf Talfahrt schicken, das ist dahinter, ähm, mit sich auch, was es damit auf sich haben könnte, darauf wollen wir natürlich auch einen Blick werfen, was das für Bitcoin generell bedeuten könnte. Es bestätigen sich meiner Einschätzung nach jedenfalls einige Zweifel, die ich schon seit geraumer Zeit im Hinblick auf Bitcoin, ähm, angemeldet habe, weniger wegen der, ähm, Technologie, die dahinter steckt, Blockchain-Technologie und dergleichen, die weiter höchst innovativ ist, sondern besonders, ähm, hinsichtlich des Machtpotenzials, was natürlich eine dezentrale Währung, eine Digitalwährung, Kryptowährung, wie eben Bitcoin hat und dass das einigen machthabenden Potenzial vielleicht ein Dormel im Auge ist. Das ist natürlich jetzt eine über das, was passiert ist, deutlich hinausgehende Interpretation dessen, aber es mutet schon im Gesamtkontext sehr seltsam an, was da gerade stattfindet und das sollte man nicht unterschätzen, meiner Einschätzung nach. Aber alles der Reihe nach, wir werden auch in diesem Zusammenhang natürlich einen Blick werfen, dann wieder zurückkommen auf die Inflationszahlen. Was hat es jetzt gerade mit dem DAX-Aufsicht, deutlich unter die 15.000er-Marke gerutscht und Potenzial auch für weitere Abschläge, sollen immer unter 14.8 rutschen. Das hat mit Sicherheit mit den Inflationszahlen eher zu tun, als mit dem Statement von Herrn Musk, aber wie gesagt, dazu gleich im Folgenden mehr. Bevor wir beginnen, zunächst der Blick hier, einmal auf den Risikohinweis. Forex und CFDs sind gehebelte Handelsprodukte, komplexe Handelsinstrumente, die mit dem Risiko einigen, schnell Geld zu verlieren. Und in diesem Zusammenhang sollte man sich, bevor man mit dem Handel beginnt, ausgehend von seinem persönlichen Risikoprofil, sich darüber nicht nur im Klaren sein, sondern darüber hinausgehend auch entscheiden, ob man sich dann für diese Investments oder diese Form des Tradings eben eignet. Für weitere Informationen im Folgenden Risikohinweis, schaut vorbei auf der Webseite von markets.com.de. und für weitere Fragen darüber hinausgehend auch das Produktportfolio, welches Markets anbietet, führt euch frei, einmal die Elena per Mail anzuschreiben, die euch da gerne mit Rat und Tat eben für alles Weitere zur Verfügung steht. Wir switchen, zack, hier einmal in die MarketsX-Plattform und wollen einen Blick werfen, wie gesagt, auf die jüngsten Entwicklungen, die wir jetzt zu sehen bekommen. Ihr seht auch hier schon in meiner Watchlist Gold aktuell bei 1.815 Dollar. Wir sind gestern noch im Bereich um 1.840, 1.845 gehandelt worden, mittlerweile 30 Dollar unter Druck. Warum, wieso, weshalb? Man kann es ahnen, man kann es ahnen. Wir wissen um die Zinskorrelation. Ich hatte die jetzt gestern schon zum Thema gemacht. Es gibt auch eine sehr, sehr spannende Entwicklung in dem Zusammenhang übrigens. Also da gibt es einige Entwicklungen aktuell. Also nicht, dass ich das jetzt hier irgendwie günstig achten würde. Ich hätte lieber den direkten Breakthrough auf der Oberseite und den Markt, der hier komplett diese Inflationssorgen abschüttelt und trotz ansteigender Zinsen dann durch eine immer negativ werdende Realverzinsung eben entsprechend Gold höher treibt. Aber diese Entwicklung, die wir aktuell hier zu sehen bekommen, auch dann in Equities generell zu sehen bekommen, konnte so durchaus erwartet werden. Es ist durchaus etwas, was mit dem Zubetracht ziehen ist. Wie gesagt, wir werden das jetzt alles gleich ganz genau aufdröseln, was es damit auf sich hat. Die Abschläge, die wir in Equities sehen, möchte man fast sagen, sind fast folgerichtig durch diese Entwicklung. Also wir wollen kurz das übergeordnete Bild hier einordnen. Und wir laufen jetzt gerade tatsächlich den ersten, heute früh bereits von mir thematisierten Zielbereich mit Ausbruch aus der Open Range hier auf der Unterseite. Also wir haben hier oben links, haben wir den 5-Minuten-DAX. So, ich ziehe das mal hier rüber. Hier haben wir den 5-Minuten-DAX. Ausbruch aus der Open Range, die hier gekennzeichnet ist durch diese zwei horizontalen, violettfarbenen Linien. Und ich hatte gesagt, wenn wir dort, ausgehend von der Open Range, einen kurzen Bounce sehen, also der initiale Flush, das kann man hier sehen, das sind 5-Minuten-Kerze, wir sind von rund 15.000 Punkten gelaufen, sind dann relativ stark mit der 9 Uhr Kassa-Eröffnung, Xetra-Eröffnung eben entsprechend unter Druck geraten, sehen dann hier entsprechend eben einen kurzen Bounce. Ich hatte gesagt, Region 14,79 bis 15.000 sehe ich als potenziellen Short-Trigger. Wir sind im Hochgehandel vorhin bei 14,89 und von dort abgekippt. Und dann hatte ich gesagt, hatte getwittert gehabt, dass mein nächstes potenziell anzuvisierendes Ziel auf der Unterseite, jetzt der Bereich eben um, ich gucke mal ganz kurz, haben wir hier noch, ne? Dass der nächste anzuvisierende Bereich erstmal der Bereich Vorwochentief ist, 14.800 Punkte. Denen sind wir jetzt abgelaufen, aber es sieht nicht danach aus, als dass es das schon war. Also wir müssen uns immer vor Augen führen, wir haben einen ganz besonderen Tag. Also es ist nicht nur rein technisch ein signifikantes Level, weil es eben der Bereich Vorwochentief ist. Ich nenne sie jetzt mal die jellen Übertreibungstiefs, die wir hier jetzt gerade anlaufen, sondern wir haben eben auch durch den Feiertag, der gerade in Deutschland stattfindet. Also Börsenhandel findet statt, aber wir haben dennoch Feiertag. Das ist ein potenziell verlängertes Wochenende. Das begünstigt natürlich ein dünnes Marktumfeld. In den USA wird standardmäßig gehandelt. Auch hier könnte noch durchaus stärker Abgabedruck durch diese Zinsentwicklung aktuell auf den Weg gebracht werden. Wir nehmen uns Entwicklung Ende Februar, Anfang März. Dazu, wie gesagt, auch gleich noch mehr. Und dieses dünne Marktumfeld sorgt natürlich dann dafür, dass der jetzt aktuell aufkommende Verkaufsdruck und dieses Angebot, was in den Markt kommt, nicht potenziell sauber absorbiert werden kann. Also das kann durchaus dazu führen, dass es hier teilweise sogar stark Abverkäufe gibt, sich beschleunigende Abverkäufe eben tatsächlich gibt. Und Flashcrash, so weit will ich jetzt nicht gehen. Also das geht vielleicht ein bisschen weit über das eigentlich hinaus. Aber die Gefahr, dass es eben zu einem Domino-Effekt eventuell kommt und einem Flashout richtig auf der Unterseite, die ist definitiv gegeben. Und das sollte nicht unterschätzt werden. Wie gesagt, ganz kurz nochmal zurück zu der Intradier-Betrachtung. Wie komme ich auf die 1489-15.000er-Region? Hier sehen wir in diesem Zusammenhang eben den Bounce, der daraus resultiert dort, dass wir im Bereich um 15.000 Punkte ja gestern schon auch gesagt hatten, das ist ein potenzieller Unterstützungsbereich, gegen den Nachfrage in den Markt kam und wo jetzt ehemals eine Unterstützung ganz natürlich zu einem Widerstand eben tatsächlich wird, dass ich die Region 79-15 nehme. Das hat damit zu tun, weil natürlich so ein bisschen die Frage aufkommt, vor dem Hintergrund der Gesamtentwicklung, ob es überhaupt ausreicht, nochmal einen punktgenauen Test zu sehen. Deswegen gehe ich dann eher mit einer 30-Punkte-Range und einem Bereich eben an diesen Trigger heran. Aber wir sehen, also wir laufen diese Region an, kippen eben tatsächlich vor Erreichen dieser bis dato Unterstützungsregion wieder ab und laufen jetzt eben die 14.800er-Region ab. Und dann können wir hier bei Blick auf den Daily auch sehen, wie viel Potenzial bei einem Break unter die 14.800 eben auf der Unterseite noch freigesetzt wird. Also da ist es durchaus Abschlagspotenzial, welches uns sogar in den Wochenschluss realistisch in Richtung und auch unter die 14.000er-Markt fühlen kann. Also da kann durchaus noch einiges an stärkerem Abgabedruck in den Markt kommen. Begünstigt, wie gesagt, durch die Entwicklungen aus den USA, besonders aus dem Tech-Bereich, durch die anziehenden Zinsen. Beispielsweise aber auch begünstigt eben jetzt durch vielleicht, ich will ihn nicht beschreien, aber ein eventuell bevorstehenden Krypto-Crash, ein De-Leveraging, wir müssen uns immer vor Augen führen, dieser massive Run, den Bitcoin gesehen hat, den andere Kryptos gesehen haben, Ethereum gesehen haben, selbst so eine, ja, also ich sehe den Mehrwert von einer Dogecoin, glaube ich, so heißt das Ding, sehe ich jetzt nicht wirklich, aber aus rein spekulativen Gesichtspunkten scheint das auf jeden Fall bei einem einen oder anderen Privatanleger dann doch den Weg überraschenderweise ins Portfolio gefunden zu haben. Das ist durchaus etwas, was die Gefahr birgt, dass es hier eben in Folge dann, besonders wenn das eben gehebelte Investments sind, die da auf den Weg gebracht worden sind, Trades, die rein aus spekulativen Gesichtspunkten eingegangen werden und weniger ausgehend von fundamentalen langfristig und Investmentgelegenheiten, die man versucht zu realisieren, sind das natürlich dann durchaus potenzielle Margin-Call-Wegbereiter, so möchte ich sie mal bezeichnen, Margin-Call-Wegbereiter dahingehend, dass wenn diese Wetten aufgelöst werden müssen, dass dann es eben entsprechend hier zur Bedienung dieser Margin-Calls durch auch Liquidationen in eher soliden Aktien, fundamental saubereren Titeln eben kommt und dass das dann ebenfalls so ein Sellout nach sich ziehen könnte. Also das ist durchaus eine ernstzunehmende Option. Da kommen viele Faktoren aktuell eben tatsächlich zusammen und die Frage, die sich auch mehr und mehr stellt ist, wie lange lässt die FED das zu, was wir gerade zu sehen bekommen? Das ist auch das, worauf du im übertragenen Sinne dann mit Gold spekulierst. Also selbst wenn du jetzt eine Korrektur siehst, gehst du eher davon aus, dass über kurz oder lang entsprechend ein Cap in den Zinsmarkt gelegt wird, weil du dir diese weiter anziehenden Zinsen im übertragenen Sinne nur schwer leisten kannst, beziehungsweise die Gefahr, diese bergen, dass es eben zu entsprechenden Turbulenzen am Finanzplatz kommt, beziehungsweise am Aktienmarkt generell kommt. So, also ich greife jetzt schon ein bisschen sehr weit vor. Zunächst einmal nochmal kurz der Blick auf den DAX. Also der Grundmodus bleibt auf jeden Fall weiter ganz klar short. Wir haben, wie gesagt, jetzt die Attacke, diesen Bereich in 14.800 Punkte bereits hier abgelaufen und nun stellt sich so ein bisschen die Frage, wie wird der weitere Handelsverlauf dann eben tatsächlich in den Folgestunden darstellen? Sollte es zu einer Konsolidierung oberhalb hier von 14.800 Punkten kommen, sollte sich eine, ich nenne es mal, horizontale Konsolidierung herausarbeiten, dann wird das Zünglein an der Waage heute Nachmittag 15.30 Uhr mit Kasseröffnung an der Wall Street eben tatsächlich diese sein, der US-Aktienmarkt sein, wobei ich davon ausgehe, dass auch hier sich der Abgabedruck eher weiter fortsetzen dürfte. Das gilt ganz besonders für den Tag-Bereich. Ich will nochmal ganz kurz hier auf den Nasdaq 100 switchen und während ich hier rüber switche, gucke ich mal ganz kurz. Ja, sehr schön. Okay, also hier wird alles gut übertragen, das ist schon mal sehr gut. Also hier ist einmal der Blick auf den Nasdaq hier oben auf Stundenbasis. Wir hatten ja gestern in diesem Kontext schon die 13.400er-Regionen herausgestellt gehabt. Wir haben diese auch hier nach dann unterschreiten, bereits am Montag nicht zurückerobern können. Ich sagte schon, das ist ein potenzieller Retest, den wir hier auf der Oberseite zu sehen bekommen, der eigentlich ein Short Trigger ist, also wo wirklich die Frage aufkam, ob diese Konsolidierung, also erinnert euch ran. Ich hatte die Woche ja schon begonnen durch diese Spekulation im Hinblick auf ARK und dieses Interview von Katie Wood und in diesem Zusammenhang die Verbandelung dort mit Bill Wang und dass das eventuell Abgabedruck nach sich ziehen könnte, der besonders eben dann auch auf Tesla bzw. auf dem breiten Bereich eben durchschlägt. Das hat sich dann nicht so der Art herauskristallisiert zunächst. Also wir haben eine Stabilisierung zu sehen bekommen in den Montag hinein, relativ zügig zur Eröffnung. Da konnte man eher die Longseite spielen. Aber nichtsdestotrotz, was ich ja gestern herausstellte hier im Morning Meeting war, dass ich sagte, man sollte berücksichtigen, dass wir nicht die 13,400 haben zurückerobern können. Und das ist eigentlich kein sehr starkes Signal. Das sollte man auf jeden Fall berücksichtigen. Und in diesem Zusammenhang, man kann es dann sehen, kommt hier der Abgabedruck auf. Gestern ganz besonders getriggert durch diese Inflationszahlen. Wie gesagt, wir werden gleich einen Blick drauf werfen, was da passiert ist. Wir werden das auch historisch einordnen. Das war ein potenzieller Trigger. Und ja, wir sehen, dieser Abgabedruck, der hält auch hier weiter an. Und da lohnt definitiv mal ein Blick von der Stunde dann auf das übergeordnete Bild, wie viel Potenzial auf der Unterseite frei sein könnte. Also ein Retest der 200-Tage-Linie scheint hier durchaus realistisch. Da sind es dann nochmal 400, 500 Punkte. Das sind nochmal Abschläge in der Größenordnung um die 2,5 Prozent, Pi mal Daumen, die der Nerstack hier eventuell unter Druck geraten könnte. Und wir sollten uns in dem Zusammenhang auch anschauen, dass wir darunter dann schon relativ zügig im Bereich um 12.300 Punkte, 12.400 Punkte ungefähr, dass wir in eine ganz, ganz wichtige Region hier laufen. Weil wenn dieser Bereich bricht, also das heißt, wenn dieser übergeordnete Aufwärtstrend gebrochen wird mit Unterschreiten der 12.3, 12.4, das ist welcher hier dieses letzte relative Tief, welches dieser Aufwärtsstruktur, diese Longsequenz intakt hat, unterschritten wird, dann können wir durchaus einen Flush sehen, der uns bis in Gefilde wiederum um 11.000 Punkte führt. Also da könnte durchaus eine recht, recht tiefe Korrektur uns tatsächlich bevorstehen. Und fundamental switcht der Modus sehr deutlich und sehr klar in Richtung Risk of, beziehungsweise ganz besonders, aber auch sich beschleunigende Rotation von Growth in Value. Und das haben gestern die Inflationszahlen sehr, sehr deutlich unterstrichen. Und zwar kann man, ich fange zunächst einmal hier an, nee, ich fange hier mit an, ich fange mal hier mit an. Das war gestern so eine Tweet-Reihenfolge, die ich abgesetzt habe, um das mal ganz kurz einzuordnen. Können wir noch ein bisschen nach unten scrollen, Moment, Moment, da, da fängt es an, hier fängt es an, Consumer Prices increase 4.2% from year earlier, Core CPI up 3% over year. Das ist sehr ungünstig, weil das einem dann nur die Kerninformationen beinhaltet, ohne das im Gesamtkontext zu sehen. Aber wir kommen gleich drauf. Wir werden gleich sehen, dass das durchaus imposant ist. Und zwar die Kern, nicht die Kerninflation, die Inflationszahlen, die Verbraucherpreise mit 4,2% veröffentlicht worden. Ihr erinnert euch dran. Die Erwartung war bei 3,6%. Ich habe gestern gesagt, 4% kann ich mir vorstellen. Und hatte das auch skizziert gehabt, wie ich zu diesem Schluss komme. Also ich hatte gesagt, dass ich hier zum Beispiel die Einzelhandelsumsätze sehe. Ich sehe die Entwicklung, die jetzt im Baustoffbereich, im Bauholzbereich ist es dann ganz besonders, stattfindet. Und dass sich da mehr und mehr bei mir der Gedanke etabliert hatte, dass es eigentlich eine, wenn auch schon verhältnismäßig hohe Erwartungshaltung, aber eine, die eventuell noch unter dem liegt, wie es sich real wirklich darstellt. Das hatte ich gestern ja im Morning Meeting relativ lang und breit dargelegt gehabt. Tatsächlich ist diese Schätzung von mir und sogar nochmal übertroffen worden. Und wir sind, wie gesagt, Year-on-Year bei 4,2% veröffentlicht worden. Earlier, Earlier, Verzeihung, Core-CPI, also Kerninflation, das nimmt dann die Verbraucherpreise potenziell stärker volatil beeinflussende Komponenten raus. Zum Beispiel in dem Zusammenhang Benzin oder was haben wir noch in dem Zusammenhang? Food, glaube ich, also Essen beispielsweise. Das heißt also, wir haben dann nochmal eine Bereinigung im übertragenen Sinne. Nur die Kernverbraucherpreis beeinflussenden Elemente, die da eben eingefangen werden, die liegen eben bei 3%. So, jetzt hat man in diesem Zusammenhang hier schon eine Kommunikation gesehen. Da war ich schon ein bisschen irritiert. Aber sie war durchaus etwas, im Hinblick auf eben nur diese Verbraucherpreise, die durchaus haben, eine Rolle spielen dürfen. Denn da wurde nämlich argumentiert, ja Moment mal. Also das sind dann diejenigen, welchen, ich weiß nicht, nennt man die jetzt Inflationsleugner? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Die haben dann gesagt, naja, wir müssen uns mal vor Augen führen, wenn das Year on Year ist. Also wir schauen uns das jetzt auf Jahressicht an, diese Preissteigerung. Müssen wir uns ja vor Augen führen, wir hatten ja letztes Jahr zu dieser Zeit, hatten wir Corona und die Pandemie und Lockdown und dergleichen und auch dieses massive De-Leveraging und diese deflationäre Tendenz, die sich dann auf breiter Front etablierte. Und nun ja, wenn ich jetzt auf Jahressicht, also hier mir dann diese Preissteigerung anschaue, dann ist ja logisch, dass von diesen tiefen Niveaus eine derart hohe Preissteigerung Year on Year veröffentlicht wird. Also da fängt man schon an, irgendwie das in den Gesamtkontext zu setzen und man könnte das so machen. Was allerdings in dem Zusammenhang natürlich Berücksichtigung finden sollte, ist dann, dann sagt man einfach, okay, dann lassen wir das einfach mit der Year on Year Betrachtung, dann gucken wir einfach die Month-for-Mand-Betrachtung an. Gucken wir uns einfach an, wie sich das in dem Vormonat verändert hat. Und, naja, diese Month-for-Mand-Betrachtung, die ist alles andere als prosperierend, die ist sogar noch viel dramatischer, möchte man fast sagen. Denn dieser Anstieg hier, der Kerninflation in diesem Zusammenhang, muss man ganz kurz gucken, das ist hier schon Trading Economics, kommen wir drauf, genau, Januar 1996, also das war der größte Annual Increase, also Year on Year, der größte Anstieg dieser Kerninflation, in dem Fall gucken wir jetzt schon hier explizit auf die 3%, seit 1996. Also das heißt, das hat schon historischen Charakter, den wir gestern da zu sehen bekommen haben. Tatsächlich, wenn ich auf die Month-on-Month-Betrachtung gehe, also mir das im Vergleich zum Vormonat betrachte, dann landen wir plötzlich hier bei der US-Core-CPI 0.9% Month-on-Month. Also das heißt, im Vergleich zum Vormonat ist diese Zahl um 0,9% angestiegen. Und warum ist das erwähnenswert? Nun, weil das der stärkste Anstieg seit 1981 sogar war. Also das bedeutet etwas anders und wir wissen auch in diesem Zusammenhang, der eine oder andere ist da vielleicht in der Historie, Inflationshistorie, so nenne ich sie jetzt mal, so ein bisschen bewandert, das war ein hochinflationäres Umfeld, welches wir damals gesehen haben, mit Zinsniveaus, die im zweistelligen Bereich, also Leitzinsniveaus seines der FED im zweistelligen Bereich waren, wo dann damals Paul Fokker, der damalige, der Vorgänger noch von Alan Greenspan, von der FED herging und einen massiven Anstieg der Zinsen, der Leitzinsen auf den Weg gebracht hat, um dieses Inflationsungetüm zu bekämpfen. Wir wollen aber jetzt nicht in die Historie gehen, wir wollen jetzt an der Stelle jetzt mal darauf fokussieren, was wir hier zu sehen bekommen haben. Also dieser 0.9% Month-on-Month-Core-CPI-Anstieg, der hier stattgefunden hat, der sollte in diesem Zusammenhang nicht unterschätzt werden. Und es gibt eine ganz klare Tendenz vor, die all das bestätigt, was wir eben in diesem Zusammenhang jetzt schon seit geraumer Zeit erkennen können, also wir selbst schon, was bis jetzt die Ökonomen seitens der FED aber eventuell noch nicht so auf dem Schirm hatten. Ich habe gestern gesehen, ich glaube, es war Clarida, weiß es nicht, ich glaube, es ist Miss Clarida, ich bin mir gar nicht sicher, ich glaube, es ist eine Frau. Ich habe nur Clarida im Moment, Clarida FED, ich glaube, das ist Miss Clarida, nee, Richard, Verzeihung, mit wem verwechsel ich den jetzt? Clarida, wen gibt es denn da noch? Brainerd? Ja, Brainerd ist auf jeden Fall eine Frau. Okay, es ist Richard Clarida, ist auch egal. Also auf jeden Fall hat der Herr gestern in diesem Zusammenhang gesagt, er ist ganz überrascht, dass die Inflation so ansteigt. Konnte man jetzt gar nicht ahnen. Vielleicht sollte der Herr mal ein bisschen aus seinem Elfenbeintum rauskommen und sollte sich mal die Preisentwicklungen so auf der Straße in Supermärkten anschauen oder auch am Häusermarkt anschauen. Beispielsweise beim Bauholz. Ja, da könnte man eventuell durchaus mal reale Entwicklungen viel eher in der Lage sein, zu erkennen, als wenn man sich das Ganze eben anhand irgendwelcher statistischer Kennzahlen, die wie auch immer geartet gerechnet werden und sich entsprechend verzerren lassen eben sehen. Aber Fakt ist, und das ist das, um was es hauptsächlich gehen soll, diese ganz klar auszumachende inflationäre Tendenz und die sich immer stärker schneller drehende Beschleunigung, die setzt die FED massiv unter Druck jetzt. Denn die FED, die hat dahingehend ein Problem, dass sie dieses Inflationsungetüm im übertragenen Sinne eigentlich nur durch anziehende Zinsen in den Griff bekommen wird. Und wir erinnern uns daran, wie fragil dieses Gesamtmarktumfeld aktuell eben tatsächlich sich darstellt, wie massiv auf Liquidität aufgeblasen und einfach nur auf Liquidität, auf einer Liquidität schon gebaut, diese Rally der letzten zwölf Monate post Corona eben tatsächlich ist. Und wir sollten uns in dem Zusammenhang auch vor Augen führen. Da sind wir dann nämlich relativ zügig bei etwas. Niemand ist größer als der Markt. Und das habe ich dann hier versucht mal darzulegen. Es geht eigentlich weniger um die Zahlen als solche, die da gestern veröffentlicht worden sind. Es geht um die Psychologie, das, was das jetzt macht mit dem Markt oder mit den Marktteilnehmern macht, mit allen Teilnehmern des Wirtschaftskreislaufs macht. Und zwar, wir haben in diesem Zusammenhang jetzt nicht nur das Problem, dem sich die FED gegenüber sieht, dass der Geldmarkt, das haben gestern dann entsprechende Indikationen gezeigt, ich habe dazu jetzt leider keinen Screenshot, aber dieser Geldmarkt hat auf jeden Fall gezeigt, dass wir seitens der FED im Dezember 2022 oder bis dahin jedenfalls eine 100%ige Wahrscheinlichkeit einer Zinsanhebung haben. Also das heißt, der Markt, der bereitet sich bereits darauf vor, dass man gar nicht anders können wird seitens der FED, als hier entsprechend eine Zinsanhebung auf den Weg zu bringen, um diese anziehende Inflation einfangen zu können. Und das, was aber viel größere Problem für die FED ist, ist eben diese Psychologie des Marktes. Und auch die FED ist nicht größer als der Markt. Denn der Markt, der wird jetzt mehr und mehr sich auf diese steigende, anziehende Inflation, in Anführungsstrichen, einschießen. Das heißt also, etwas anders gesagt, die gehen davon aus, dass die Inflation anziehen wird. Und das wird sich auch in entsprechenden Preissteigerungen bemerkbar machen. Und das nicht nur bezogen auf die USA, sondern auch bezogen auf Europa. Was ich damit meine, ist folgendes. Stellet man sich jetzt mal vor, man ist ein Unternehmer. Man ist jemand, der welches Gut auch immer verkauft. Man wird infolge dieser Erwartungshaltung Preise auf jeden Fall anziehen lassen. Also Preissteigerungen, die man sowieso weitergeben wird, infolgedessen, dass man das Material, was man dort verarbeitet, oder die Güte, die man weiterverkauft, natürlich auch bezahlt. Und den Preisaufschlag dann an den Endverbraucher weitergibt, wird man in diesem Zusammenhang hier eben entsprechend das antizipieren und verwegnehmen. Und es wird ganz natürlich zu Preissteigerungen kommen. Und diese Preissteigerungen, diese Erwartungshaltung des Marktes, da kann die FED noch so sehr jetzt dran arbeiten und irgendwie versuchen, dem entgegenzuwirken mit irgendwelchen wohlwollenden Kommentaren oder in irgendeiner Form, ja, zinstechnisch, wir müssen mal, das wird nicht funktionieren. Also der Markt, der wird sich jetzt hier seinen eigenen Weg bahnen, unabhängig von den Kommentaren, die die Notenbanker gemacht haben. Und jetzt müssen wir uns mit Folgendes vor Augen führen. Wir haben ein Umfeld, oder beziehungsweise die Frage, die jetzt hierzulande oder in Europa generell lange Zeit ja aufkam, war, warum zieht die Inflation denn nicht an? Trotz des Umstandes, dass zum Beispiel die EZB hierzulande, also wir springen jetzt ein bisschen zwischen FED und EZB, aber die Überlegung, die dahinter steckt, ist genau die gleiche, denn wir haben zeitgleich, ich habe diesen Screenshot nicht gemacht, aber zeitgleich haben wir gesehen, dass eben auch die Inflationserwartung hier in Europa angestiegen ist. Denn diese Komponenten sind natürlich miteinander, sind die entsprechend verbandelt beziehungsweise positiv zueinander korreliert. Warum ist die Inflation nicht angezogen? Ein Argument, was immer vorgebracht wurde, war, dass dieses ganze Geld, was seitens der Notenbanken, also seitens der EZB zum Beispiel, hierzulande oder in Europa zur Verfügung gestellt worden ist, dass das eben sich seinen Weg nicht in den Wirtschaftskreislauf gebahnt hat, beziehungsweise, dass vieles von dem gehortet wurde. Also wir erinnern uns in dem Zusammenhang jetzt zum Beispiel auch die jüngste Zahlen, die gezeigt haben, dass zum Beispiel die in Anführungsstrichen Sparguthaben beziehungsweise die die Barreserven, die auf den Konten der Menschen eben gehortet werden, im übertragenen Sinne, dass diese eben immer weiter gestiegen sind. Also hier in Europa, oder ganz besonders in Deutschland eben beispielsweise, dass die Leute gespart haben und dass dieses Geld sich seinen Weg nicht in den Wirtschaftskreislauf gebahnt hat. Nun, wenn jetzt sehr einfach gesprochen, die Güter teurer werden, also weil es Preissteigerungen gibt, weil eben die Verbraucher hier höhere Preise bezahlen müssen, weil die Erzeuger oder beziehungsweise die Dienstleister, die ihre Dienstleistung anbringen, diese anziehende Inflation antizipieren, vorwegnehmen und die Zahlen suggerieren ja, dass die Inflation anzieht. Also das heißt, die hohen ihre Informationen hier von den Informationen, die aus diesen Wirtschaftsindikationen veröffentlicht werden. Dann fließt plötzlich dieses gehortete Geld verstärkt und immer weiter von diesen Konten ab in die jeweiligen Dienstleistungen und sie bezahlen diese Dienstleistungen. Also das Geld ist zwar da, aber plötzlich wird das Geld nicht mehr gehortet, sondern es fließt jetzt in den Wirtschaftskreislauf, um diese teurer werdenden Güter zu bezahlen. Und dieser Prozess, der ist, man sagt, selbsterfüllend. Das ist eine selbsterfüllende Prophezeiung. Also ich spreche etwas anders. Diese Spirale, die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes, die wird automatisch zunehmen und immer schneller und immer schneller und immer schneller drehen. Und unterm Strich wird das eben zu einer sich immer schneller steigenden Preissteigerungsspirale, Inflationsspirale führen, die dann eben unterm Strich genau das nach sich zieht, was viele der Crash-Propheten prophezeien, nämlich im Hinblick eben auf eine anziehende Inflation, die diese Geldpolitik der Notenbank, dieses exzessive geldpolitische Instrument oder Experiment, so müssen wir das ja bezeichnen, was die FED oder was die EZB eben führen, eben aktuell auf den Weg bringen. Also es bedeutet, sehr einfach gesprochen, dieser Prozess, der jetzt hier in Gang gebracht wird, den wird die FED, querstrich auch die EZB hierzulande in Europa, kaum noch in den Griff bekommen, außer die starke Preissteigerung, Zinsanhebungen, die aber nicht möglich sind, wenn man nicht einen kompletten Crash der Aktienmärkte, querstrich einen wirklichen Crash, auch hier Finanzmärkte generell, eine Austrocknung der Liquidität, die am Kreditmarkt zur Verfügung gestellt wird, beziehungsweise ein Crash des Wirtschaftskreislaufs insgesamt auf den Weg bringen will. Und das ist eben etwas, was diese Zahlen jetzt hier beinhalten oder was wir jetzt hier zu sehen bekommen, weswegen das nicht zu unterschätzen ist, was hier stattgefunden hat. Und folgerichtig, folgerichtig ist es dann natürlich so, jetzt schwitzen wir hier mal wieder zurück in die Plattform, folgerichtig ist es eben so, dass wir Teen Notes, wo habe ich sie? Das ist jetzt der Zins, zehnjähriger US-Schuldtitel. Folglich ist es dann keine große Überraschung, dass wir diesen Crash, in Anführungsstrichen, Mini-Crash, hier in T-Notes zu sehen bekommen. Wir erinnern uns dran, das waren die Inflations, nicht Inflations, das waren die Arbeitsmarktzahlen mit diesem Pop höher. Wir erinnern uns dran an diese Grafik, die ich gezeigt hatte im Anschluss an die NFPs, am Montag war es, da hatte ich gezeigt, dass wir kurzzeitig mal diesen massiven Dip auf der Unterseite gesehen haben, unter 1,5% für zehnjährige US-Schuldtitel gelaufen sind und von dort dann wieder, aber in dem Bereich des Ausgangsniveaus und sogar oberhalb zu schließen die Woche. Und wo ich sagte, das ist kein gutes Zeichen für den US-Dollar, das wir hier sehen, denn das Problem ist nämlich, dass wir hier seitens des Marktes ganz klar kommunizieren, dass eine offensichtlich sich schon im Markt auch anziehende Inflationserwartung sich beginnt zu manifestieren. Also sprich, anders formuliert, der Markt, der lechst nach höheren Zinsen, die sich aber die FED, querstrich die US-Regierung gar nicht leisten kann, vor dem Hintergrund dieses Schuldenberges, der dort aufgetürmt wird. Und das ist natürlich etwas, was im Umkehrschluss bedeutet, und das ist das, was ich im Kern oder unterm Strich damit meinte, wenn wir dann eben, also dieser bärische Ausblick für den US-Dollar, wenn wir dann eben auf diesen eigentlich schwachen Arbeitsmarktbericht initial die bärische Entwicklung in Zinsen sehen, aber dann anschließend ein Anziehen der Zinsen zu sehen bekommen, dass man seitens der Marktteilnehmer offensichtlich vorwegnimmt, dass es hier gar nicht anders gehen wird, als diese sich inflationär darbietenden Tendenzen eben mit Zinsen Anhebung zu bekämpfen, die aber jegliches Wirtschaftswachstum abwürgen wird. Und demnach ist es keine Überraschung, dass wir jetzt dann entsprechend hier diese Entwicklung zu sehen bekommen haben, beziehungsweise auf diese anziehende Inflationserwartung gestern, sieht man hier auf der 5-Minuten-Basis noch viel besser, diesen Flush auf der Unterseite sieht, wo wir dann eben, das sind jetzt T-Notes, also das sind, das ist negativ korreliert, zeitgleich sind die Zinsen, zehnjähriger US-Schuldtitel nach oben weggeschossen, dass wir dann eben entsprechend hier jetzt so stark, derart stark anziehende Zinsen zu sehen bekommen. Und diese anziehenden Zinsen, die machen sich eben jetzt dahingehend bemerkbar, dass besonders Growth-Titel, also das heißt Tech-Titel in den USA unter Druck geraten, diese diesen potenziellen Ausverkauf sehen. Und diese Entwicklung ist auch nur schwer beizukommen, denn die Fed hat gar keine andere Möglichkeit jetzt aktuell, als erstmal den Markt im übertragenen Sinne machen zu lassen, um nicht jetzt schon bereits all ihr Pulver zu verschießen und entsprechend diesen Zinscap einzulegen, von dem wir ja auch schon seit diverser Zeit, also seit Monaten eigentlich schon sprechen. Ich hatte ja schon diverse Male gesagt, früher oder später wird die Fed gar keine andere Gelegenheit haben, Möglichkeit haben, wenn sie denn dann den Aktienmarkt in Anführungsstrichen retten will. Oder wenn sie das Wirtschaftswachstum, welches sich, also die Erholungsbewegung infolge des Corona-Lockdowns und dergleichen nicht abwirken will, da wird sie gar keine andere Möglichkeit haben, als entsprechend hier gegenzusteuern und entsprechend diesen Deckel auf den US-Zins zu legen. Und genau das bedeutet jetzt etwas anders formuliert, dass vor dem Hintergrund eben dieser sich aktuell abzeichnenden Tendenz eher davon zunächst kurzfristig jedenfalls ausgegangen werden sollte, dass wir weiter Abgabedruck sehen, dass der sich früher oder später eventuell dann auch in recht scharfen Abschlägen im Aktienbereich noch widerspiegelt und es dann die Fed zwingt im Endeffekt auf den Plan zu treten und dieser Entwicklung eben Einhalt zu gebieten und zu sagen, wir liefern noch mehr Liquidität, es geht gar nicht anders, um einfach nicht einen vollständigen Kollaps unseres Geldsystems, unseres Finanzsystems nach sich zu ziehen. Wir müssen immer auch vor Augen führen, diese Entwicklung, die wir jetzt hier in zehnjährigen Zinsen zu sehen bekommen, die machen sich natürlich dann auch in kurzfristigen Zinsen bemerkbar. Wie gesagt, Money Markets, also die Geldmärkte spielen das bereits und diese kurzfristigen Zinsen, die dort eine Rolle spielen, die schlagen natürlich direkt durch auch auf den Kreditmarkt, auf den Repomarkt, auf jenen Markt, der eben darüber bestimmt, wie, zu welchen Konditionen sich Banken übernach Geld leihen können und genau diese Verflechtungen, die wird die FED früher oder später eben tatsächlich adressieren müssen, wird gar nicht anders können, als diese zu adressieren, nichtsdestotrotz, sollte eben jetzt zunächst einmal jedenfalls noch gewartet werden, bis es zu diesem Schritt kommt. Fakt ist, dass das hier durchaus realistisch scheint, dass wir diese Niveaus, die wir dort am Ende März angelaufen sind, um rund 131 Punkte, dass wir die nochmal anlaufen, ob es dann zu einem Break drunter reicht oder nicht, das bleibt abzuwarten, das ist zeitgleich mit dem jeweiligen Pop vielleicht auch in Richtung 2% an 10-jähriger US-Zinsen, 10-jähriger US-Schuld-Titel-Zinsen, so. Auf jeden Fall ist das ein fundamentaler Treiber, der für Tag-Titel ein eher düsteres Bild kurzfristig mindestens zeichnet. Also ich möchte aktuell in Growth-Titeln nicht wirklich long sein. Also kurzzeitig hatte mal, es gab einen Hoffnungsschimmer am Montag, aber der ist durch diese Inflationszahlen jetzt komplett zum Erliegen gekommen und bedeutet etwas anders formuliert, dass wir in Growth eher skeptisch sein sollten und dass wir Tag-Titel wahrscheinlich eher weiter auf der Short-Seite handeln sollten. Das hat auch Auswirkungen natürlich für Gold, wie gesagt, nicht, dass es mir gefällt, ganz im Gegenteil, aber bis dato handeln wir jedenfalls noch über 1.800 US-Dollar pro Feinunze. Auch Gold hat jetzt hier eine Korrektur gesehen, Stichwort anziehende Zinsen sind Gift für Gold als zinsloses Investment, was natürlich jetzt spannend ist, weil jetzt würde man nämlich sagen, aber Moment mal, Inflationszahlen, du hattest gestern was gesagt, mit der Realverzinsung, also wenn doch jetzt diese Inflationserwartung anzieht und er du gerade sprachst, dann macht das doch hier, was wir zu sehen bekommen, doch nur Sinn, dass die Inflationserwartung doch derzeit jedenfalls nicht so stark anzieht, wie die Zinsen gleichzeitig anziehen, also logischerweise und das ist absolut richtig und das können wir auch gleich beobachten, da werden wir gleich noch eine genauere Grafik zu uns anschauen, aber zunächst einmal kurz der Blick, also dieser heftigere Abprall jetzt gegen die 1840, 1845er Region ist noch kein Beinbruch, wir sehen eine Korrekturbewegung, die eine wichtige Unterstützungsregion hier im Bereich um 1800 findet, also schon risikoverhältnis technisch wird es umso interessanter für Gold, sich jetzt tatsächlich doch nochmal gegen diesen Dip zu positionieren, ich sagte zwar, ich gehe eher davon aus, dass wir hier eine eher horizontale Korrektur oder beziehungsweise ein Auslaufen sehen und dann nächstes Leg Up sich aus dieser Konsolidierung eben oben ansetzt, dass es nicht zu dieser klassischen Trendstruktur eben kommt, allerdings war das auch bevor ich dann diesen Inflationsprint gesehen habe, der macht jetzt denkbar, dass wir doch nochmal und auch dieses gerade skizzierte Bild im Hinblick eben auf den Zinsmarkt, es macht denkbar, dass wir nochmal diesen Ausbruchbereich antesten, was aber wie gesagt umso spannender aktuell ist, ist tatsächlich und das spiegelt sich dann auch entsprechend eben im Dilemma seitens der Fed wieder. Ich hatte gestern ja hier diese Daten aus dem Finanzministerium gezeigt gehabt, die die Realverzinsung zeigten, also Unleashed hatte ja gefragt, gibt es da irgendwie eine Anlaufstelle, wo man das finden kann, ich hatte dann gestern diese Tipps gezeigt zum Beispiel, das heißt diese inflationsindexierten Anleihen zum Beispiel aus den USA, die dort als Basis herangezogen werden können, um sich das zu versinnbildlichen. Ergänzend hierzu gibt es das eben in zahlentechnischer Perspektive aufgearbeitet dort seitens des Finanzministeriums und schaut euch mal an, was gestern hier passiert ist. Die Realverzinsung ist das, also wir sind gestern, das war die Zahl, die wir uns angeguckt hatten, 1,88% auf 5 Jahre oder minus 1,29% und auf 7, hier minus 0,89 und jetzt passiert was ganz Interessantes, jetzt kommen diese Zahlen, Kerninflation mit diesem Pop auf der Oberseite, stärkster Anstieg seit Januar 96 hier in Bezug auf die Kerninflation seit 1981 month on month, die Zahlen und dergleichen, also Inflation steigt, auch das, was ich gerade skizziert habe, die Inflationserwartung, diese selbst erfüllende Prophezeiung beginnt eine Rolle zu spielen und trotzdem fällt die Realverzinsung, also sie steigt, so muss man es sagen, sie steigt, die Realverzinsung steigt an dieser Stelle, also das bedeutet, die Inflationserwartung ist verhältnismäßig stabil, während zeitgleich der Zins steigt oder beziehungsweise die Inflationserwartung steigt vielleicht, aber der Zins steigt stärker und das macht sich daran dann bemerkbar, dass wir hier eine weniger negative Zahl haben, also das Problem ist hier so ein bisschen Gehirnakrobatik erforderlich, also ich weiß noch damals aus der Schule, ich habe es mal immer ein Faible für Mathe gehabt und so weiter, aber trotzdem beim Denken in negativen Zahlen war das immer, da musste man so eine Art, ich sage das zusammen mit dem Trading, rationales Denken indizieren, also dass du nur noch mal darüber nachdenken musst hier an dieser Stelle, also wenn diese Zahl steigt, dann wird diese Zahl weniger stark negativ, ja so kann man das dann verstehen, also minus 1,88 ist kleiner, minus 1,85 und das bedeutet also etwas anders, dass die Realverzinsung jetzt günstiger wird und somit ungünstiger für Gold, also wer sich fragt, warum gerade Gold unter Druck ist derzeit, das hat damit zu tun, weil eben die Inflationserwartung nicht so stark steigt, wie aktuell gerade der Zins steigt, aber das hatte ich ja gestern auch gezeigt gehabt, das was wir gerade zu sehen bekommen, jetzt muss ich mal kurz gucken, ach verdammt, 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 einen Moment, ich gucke mal eben ganz kurz was, und zwar, was ich machen möchte, ist nämlich, dass ich euch noch mal diese Tipps zeige, ich muss noch mal ganz kurz gucken, ob ich die, ob ich die jetzt hier schnell finde, diese Grafik, Moment, 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 hier, einen Moment, dann haben wir gleich diese Grafik, ich hatte die gestern schon gezeigt, das war diese gelbe und diese, hier, ja, danke, so, so, sehr gut, also, diese Tipps, oder in dem Fall diese Inversion dieser Zinsen, was wir jetzt hier sehen ist, dass diese tatsächlich stärker steigt, also, das heißt, beziehungsweise, wir konsolidieren hier auf hohem Niveau, aktuell, ja, während eben diese, dieser, dieser Gold, der Goldpreis an der Stelle, eher sich eben korrektiv zeigt, das heißt also, diese, diese Differenz, die wird eher noch größer, das bedeutet, etwas anders formuliert, sollte früher oder später das Unausweichliche auf den Weg gebracht werden, also sollte früher oder später die FED intervenieren und sagen, wir cappen den Zins oder wir setzen in irgendeiner Form ein sogenanntes Operation Twist ein, wir, 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 ähm, ähm, schichten irgendwie unsere, unsere Durationen hier in diesem Zusammenhang, wie auch immer geartet, was auch immer die kommunizieren, es wird in irgendeiner Form in Aussicht stellen, dass eben der Zins auf längere Frist gecappt ist und das ist etwas, was besonders bei anziehender Inflationserwartung dazu führen wird, dass dann ein klassischer Inflationshedge aus dieser Perspektive in Bezug auf die Realverzinsung betrachtet, wie Gold eben seine ganze Stärke oder Inselteile generell ausspielen wird und es dann zu dieser Kurs-Explosion-Potenzial auf der Oberseite kommt, also so zumindestens mein Bild, also mein global makroökonomisches Bild, was ich skizziere und ausgehend wovon sich dieser jetzt eingegangene Trade mit Break über die 1800 eben, eben präsentiert. Wann das stattfindet, ich habe keine Ahnung. Was ich gerne vermeiden würde beziehungsweise was ich gerne, ungern sehen wollte, wäre natürlich, dass wir im Hinblick eben jetzt auf, oh Verzeihung, das war ja falsche, dass wir im Hinblick eben auf Gold hier einen Rücksetzer zu sehen bekommen, der uns deutlich zurück unter 1800 führt, der uns eventuell sogar unter 1760 führt, was aber eine Möglichkeit darstellt, Stichwort Deleveraging, also da kommt auch dieser Gedanke eben zum Tragen, wonach es eben sein könnte, dass eben so ein stark anziehender Zins natürlich Liquiditätsengpässe nach sich zieht bei einigen Marktteilnehmern, die dann gezwungen sind, eben gut gelaufene Investments anderer Natur abzustoßen, um die dann mit diesen Margin Calls einhergehenden Liquiditätsengpässe eben abzufedern. Das könnte eben dann beispielsweise auch Gold betreffen. Wir erinnern uns dran, das hatten wir hier gesehen, das war im März 2020, Stichwort Corona und dergleichen, welches dann allerdings auch relativ zügig, und wir haben es ja dann gesehen, das waren dann wenige Monate, wir sind im Tief gehandelt worden, am 18. März damals bei 1480 ungefähr, ungefähr mal rund, ja, 450, 450 Dollar, das waren die Tiefs, Übertreibungstiefs auch, und sechs Monate später, also sechs Monate, nicht mal, fünf Monate später, fünf Monate später haben wir hierbei über 2000 Dollar in Gold notiert, und haben eben Aufschläge, ausgehend von diesen Tiefs, von fast 30 Prozent, ungehebelt tatsächlich gesehen, und das ist eben durchaus etwas, was sich vielleicht jetzt hier nochmal sogar wesentlich dramatischer darstellen könnte, wenn solch eine, solch ein Deleveraging einsetzt, nochmal, das ist ein ziemlicher, rough, away, also ein ziemlich, ziemlich holpriger Pfad, den wir eventuell beschreiten, aber nichtsdestotrotz etwas, was man im Hinterkopf halten sollte, also was ein, wenn man solch ein global, makroökonomisches Play eingeht, ausgehend von diesen, jetzt einkommenden, und ganz klar in eine Richtung zeigenden Wirtschaftsindikationen, was man im Hinterkopf haben sollte, was einem dann, aus Risikomanagement, mit technischer Sicht zum Beispiel, natürlich auch, die das Feedback gibt, die Positionsgröße initial nicht zu groß, nicht zu aggressiv aufzubauen, sondern sich in solch eine Position vielleicht hinein zu skalieren, und dann eben der damit einhergehenden Volatilität Tribut zu zahlen. So, also das zu den Inflationszahlen, die wir hier zu sehen bekommen haben, wie gesagt, nochmal in Bezug aufs Trading, was das jetzt hier für Positionen in Gold vielleicht nach sich ziehen könnte, ohne Frage, starke Widerstandsregionen, die sich herauskristallisiert hat, die eine Linie im Sand ist, wenn wir über dieses Niveau hinwegziehen sollten, ganz besonders, wenn eben zeitgleich die Zinsen US-amerikanischer 10-jähriger Bonds nicht wirklich einen signifikanten Rücksetzer sehen, dann wäre das ein sehr, sehr stark bolisches Signal. Also, das ist ein potenzielles Buy-Stop-Level, Buy-Limit-Bereich für Gold ist die Ausbruchregion, 1700, machen wir ein bisschen tiefer, 1790, 1800 US-Dollar pro Feinunze, mit Stop unterhalb dieses Konsolidierungstiefs, also ein Rücksetzer in diesem Bereich, wenn die Zinsen weiter anziehen, welcher angelaufen werden sollte, ja, eine deutliche Eintrübung, erst unterhalb von 1760, demnach, das wäre die Stop-Region, dann könnte man das vielleicht sogar auch als Fehlausbruch herausstellen, beziehungsweise, ich glaube nicht, dass es ein Fehlausbruch war, es ist halt hauptsächlich gerade Zinsentwicklungstechnisch betrieben, was wir zu sehen bekommen, aber das wären jetzt zwei Szenarien, die ich aktuell eben Gold hier handeln würde, wenn ich noch keine Position hätte, also in Bezug auf meine Position bin ich, wie gesagt, weiterhin guter Dinge, dass sich das ausgeht und dass wir uns oberhalb von 1800 eben halten, sollten wir zurück in die Range eintauchen, müsste ich natürlich eine sogenannte Re-Evaluation stattfinden lassen, also ich möchte nochmal mir Gedanken machen, ob ich nochmal einen Einstieg wähle in die Position, beziehungsweise, ob ich nicht nochmal ein bisschen Zeit ins Land ziehen lasse und die weiteren Entwicklungen eben aus zinsttechnischer Perspektive in Betracht ziehe, weil es natürlich sein könnte, dass, wie gesagt, zunächst ein De-Leveraging nochmal dazu führt, dass wir sogar noch einen tieferen Schub abwärts zu sehen bekommen, aber das müssen wir dann jeweils von der Situation, die sich dann herauskristallisiert, sicherlich abhängig machen. So, das ist also die Entwicklung, die wir aus inflationstechnischer Perspektive gesehen haben. Bevor wir jetzt zum nächsten Karlauer in Anführungsstrichen kommen, zunächst einmal ganz kurz in die Chatbox. Oh, Never Fight The Fat, nein, Never Fight The Fat, auf gar keinen Fall. Aktuell, wie gesagt, die liefern ja weiter Liquidität und sie halten sich an dem Zusammenhang jetzt nur zurück, also ich gehe davon aus, die werden noch mehr Liquidität liefern und wenn es turbulent genug besonders am Aktienmarkt wird, also auch der WIX zum Beispiel, wenn wir uns mal hier jetzt den Volatilitätsindex zum Beispiel anschauen, ist ja noch alles im Rahmen, ist ja noch nichts passiert, also wir sehen jetzt zwar nur eine sehr deutliche Stabilisierung, deutlich oberhalb hier der 20er Marke wieder, also das heißt, die Nervosität unter den Marktteilnehmern zieht an, erinnert euch dran, ich sage, das ist noch nicht lange her, das ist ein paar Wochen her, ich sagte, aktuell würde ich ein Portfolio absichern, ich würde billig Volatilität kaufen, ich könnte mir vorstellen, dass zeitnah Volatilität teurer wird, Versicherungsprämien teurer werden, das ist perfekt gelaufen bis dato, also Stichwort, wie gesagt, WIX, Volatilität kaufen und dergleichen, also diese Entwicklung, die hat sich genau so bis jetzt dargestellt, mal schauen, bis auf welche Niveaus die Volatilität ansteigen müsste, damit die FED, wie gesagt, sich gezwungen sieht zu intervenieren, Schlüssellevel, ja, Schlüssellevel, beziehungsweise Linie im Sand, hier wahrscheinlich so die 36er Region, also ich glaube, ein WIX oberhalb von 40, da wird es schon ein bisschen ungemütlicher und da sind dann auch zügig, vielleicht dann auch rhetorische Interventionen mindestens denkbar seitens der Notenbank, aber Fakt ist auf jeden Fall einmal, dass diese kurze Spike in Zinsen und die damit einhergehende Niveausität entsprechend auch schon die Versicherungsprämien folglich hier für Optionen, beziehungsweise für Portfolios generell, eben in die Höhe schießen lassen und ja, das ist also echt, also es entwickelt sich aktuell so, aber ich glaube, wir sind noch nicht am Ende, also ich glaube, da kommt noch ein bisschen was Volatilitätstechnisch. Im Forum, Martin fragt gerade, wie man sich hier im Forum bei mir auf der Webseite wahrscheinlich anmelden kann, die Seite öffnet sich nicht, also bei mir geht es jetzt hier auf, ich habe jetzt hier gerade im Chrome habe ich kein Problem, ich gehe auch nicht davon aus, dass es ein Problem gibt im Mozilla, also zumindestens war ich bis gerade noch dran, hört sich jetzt zwar blöd an, aber ab und an, ich weiß genau, was du meinst, aber manchmal hakt er ein bisschen, manchmal kann man keine GIFs einfügen und so weiter, das ist irgendwie die Infrastruktur des Hosters, so nenne ich es mal, der da eine Rolle spielt, vielleicht mal den Cage löschen, vielleicht, das könnte vielleicht manchmal schon Wunder bewirken an der Stelle. Aktuell, ja, Martin fragt, da ist Ankünftung daran, tut mir leid, jetzt bin ich gewissermaßen gesprungen, also US-Dollar Long, Euro und Fund Short, ich bin aktuell den US-Dollar ausgehend von dieser Entwicklung zunächst mal Long, das zeigt sich auch hier im Euro-US-Dollar beispielsweise, kann man relativ gut erkennen, wenn wir uns jetzt mal die 5-Minuten-Ebene anschauen, also das war gestern ein relativ volatiles Treiben zunächst einmal, zunächst hier der Push auf der Unterseite, unter die 21 hat er stattgefunden, dann Bounce höher auf tatsächlich sogar neue Tageshochs, hier, das ist ein 5-Minuten-Shart da oben, jetzt oben rechts und in dem Zusammenhang haben wir auch in Gold zum Beispiel gesehen, dass Gold nochmal in Richtung 1,845 gelaufen ist und die 845er-Region, die konnte dann allerdings nicht erobert werden, also ich dachte in dem Moment als Gold diese Attacke nochmal, ich zeige das nochmal ganz kurz hier, als gestern dort, kurzer Bounce auf der Unterseite, das konnte erwartet werden, Stichwort Zins und dann kommt hier aber sofort Rebit und eine Attacke auf die 840er-Region, 845er-Region und da dachte ich, okay, jetzt beginnt sich eben diese negative Realverzinsung hier zu manifestieren, aber der Bruch blieb dann eben aus und tatsächlich setzten wir zurück und drifteten in den Abend hinein tiefer und das zeigt sich 1 zu 1 genauso auch hier im Euro-US-Dollar, was es natürlich gilt aus Price-Action-technischer Perspektive, jetzt bin ich glaube zu schnell hier hier na wo macht der denn jetzt ein Euro-US-Dollar-Nicht-Off war gar nicht ja, okay wir können das Äquivalent auch im britischen Fund hier uns anschauen, das spielt tatsächlich gar keine Rolle also Da hast du eben diesen kurzen Spike tiefer und dann hast du diese Attacke höher und anschließend werden wir relativ zügig abverkauft und brechen diese Tiefs. Und das ist meiner Einschätzung nach, auch wenn das zeitlich verzögert auftritt, aber das ist meiner Einschätzung nach ein kurzfristig klar bullisches Bild für den US-Dollar, was der Markt hier kommuniziert. Denn der Markt sagt an der Stelle, wir nehmen diese Entwicklung zwar einerseits wahr, dass das nicht wirklich positiv ist, was wir hier zu sehen bekommen für den US-Dollar, nichtsdestotrotz sind wir US-Dollar so lange Geld, also sprich der US-Dollar sollte zum Euro und auch zum Pfund anziehen, solange hier nicht eine entsprechende Kommunikation seitens der FED auf den Weg gebracht wird, die ganz klar auch dir zeigt, wir haben jetzt hier vor, wirklich einen Cap in den Zins reinzulegen. Und solange dieser Schritt seitens der FED nicht auf den Weg gebracht ist, ist das eben so, dass man hier in diesem Zusammenhang, ja, dass man einfach schlichtweg sehr, sehr vorsichtig sein sollte, so möchte ich es mal nennen, oder beziehungsweise, dass man in diesem Zusammenhang eher den US-Dollar von der Long-Seite betrachten sollte. So, ja, und jetzt kommen wir zur zweiten Entwicklung. Jetzt kommen wir zur zweiten spannenden Entwicklung, die wir hier zu sehen bekommen haben. Bitcoin. Vielleicht hat es der eine oder andere gesehen, das sind 5 Minuten Bitcoin, heute Nacht, 0 Uhr. Wir sind noch, werden noch gehandelt um rund 55.000 Dollar hier an der Stelle und dann, das war um 0 Uhr, um 2 Uhr nachts, sind wir im Tief plötzlich bei 46.000. Das war kein Flash Crash, sondern das war eine News, die über den Ticker gelaufen ist, die es meiner Einschätzung nach in sich hat und die, wie gesagt, ich glaube, ich interpretiere das eventuell, überinterpretiere das vielleicht. Aber ich finde, das ist eine ganz klare Message, die da gelendet wird und die da geliefert wird und ich glaube, die sollte man nicht unterschätzen, denn die unterstreicht auch das, was die letzten Monate sich in Bezug auf Bitcoin schon gezeigt hat. Also, rein technisch kann man jetzt hier in diesem Zusammenhang sehen, jetzt bildet sich hier wirklich diese Schulterkopfschulter heraus. Also, jetzt haben wir potenziell auch aus charttechnischer Formationsperspektive dieses tiefere Hoch, was wir hier markieren und demnach könnte projiziertes Kursziel wirklich im Bereich um 35.000 Dollar liegen. Und ich wäre auch im Hinblick auf jetzt die Herangehensweise bei The Dip durch diese Entwicklung, die da stattfindet, sehr vorsichtig. Also, es kann durchaus sein, dass das alles in Anführungsstrichen falscher Alarm ist und jetzt, nachdem wir hier auch technisch zum Beispiel diesen Bereich um 45.000 Dollar, zwar wir sind in Gefilde vorgestoßen, aber wir können deutlich uns dann wiederum einigermaßen oberhalb stabilisieren, dass das eventuell vielleicht auch nur ein kurzer Flashout war und dann ziehen wir jetzt von hier wieder unwiderstehlich an und dann laufen eben in Richtung dann dieser Ausgangshochs um roundabout 55.000, 56.000 Dollar, machen neue Allzeithochs und alles ist nur noch halb so schlimm gewesen. Aber ich glaube, wir sollten das nicht unterschätzen, was da passiert ist, was ist passiert. Hier ganz kurz der Tweet von Elon Musk. Tesla has suspended vehicle purchases using Bitcoin. Erinnert euch dran, wir hatten jetzt, das war im Februar, glaube ich war es, hatte Bitcoin angekündigt gehabt, nicht nur einen Teil seiner Cashreserven in Bitcoin zu investieren, in Kryptos zu investieren, sondern hatte auch in diesem Zusammenhang gesagt, dass man bereit sei, eben Bitcoin als Zahlungsmittel zu akzeptieren für Car Purchases. Also, wenn du einen Tesla kaufst, kannst du den in Bitcoin kaufen. Ganz kurz, für alle, die sich die Aufzeichnung dieses Webinars anschauen, findet ihr in der Description-Box, querstrich in der Chatbox unterhalb dieses Videos. Und also, da werde ich diese ganzen Links, die ich jetzt auch gerade hier im Zück auf das Finanzministerium und dergleichen offen hatte, werde ich euch alle dort einstellen, dass ihr euch das nochmal anschauen könnt. Interessant ist, was Tesla dazu bewogen hat, das kommt nämlich gleich im nächsten Satz. Der Grund dafür ist, dass Tesla, querstrich Musk, sich beunruhigt zeigend über den massiven Anstieg von fossilen Brennstoffen, die für das Bitcoin-Mining und die mit Bitcoin einhergehenden Transaktionen, ganz besonders Kohle, hier, man zeigt sich besorgt über den zunehmenden Nutzen dieser fossilen Brennstoffe und verweist dann in diesem Zusammenhang auf die worst emissions of any fuel, also auf die dramatischsten Emissionen hier von jedem Brennstoff, der genutzt wird, eben zum Bitcoin-Mining. Warum ist das interessant? Nun, naja, beziehungsweise ist es überraschend, ehrlich gesagt nicht, weil wenn wir einen solchen Visionär, besonders im Electric Vehicle-Bereich, Elektromobilitätsbereich, Stichwort Tesla, wie Elon Musk haben, ja, dann sollte es nicht überraschen, dass dann eben in diesem Zusammenhang natürlich auf die Nachhaltigkeit und erneuerbare Energiekomponente verwiesen wird. Das, was die ganze Sache jetzt allerdings so ein bisschen problematisch werden lässt, ist, also wir reden hier von einem Mann, der ist bis vor kurzem noch, ausgehend von der Markerbesiedlung von Tesla, der reichster Mensch der Welt gewesen, der wird als der vielleicht größte Vordenker unserer Zeit, Visionär, wird er gesehen. Er ist derjenige, welche der im übertragenen Sinne Anstalten macht, den Mars zu besiedeln. Und dann wird ein visionärer Schritt getan, im Hinblick auf einen Teil der Cash-Reserven von Tesla in Kryptos, querstrich Bitcoin eben zu investieren, über eine Milliarde. Und dann stellt er jetzt, nach drei Monaten später fest, dass es da vielleicht ein Problem geben könnte, im Hinblick auf eben die aufzuwendende Energie, um diese Bitcoins zu meinen. Ich kann mich erinnern, ich habe das erste Mal im Hinblick auf eben diese Thematik, habe ich gehört davon, gehört, beziehungsweise als ich mich begonnen habe, mit der Materie ein bisschen auseinanderzusetzen. Das war 2017. Damals war das schon ein Thema. Und jetzt, nach drei Monaten, stellt dann Herr Tesla, Herr Musk fest, dass das auf einmal ein Problem sein könnte. Also ich fasse es mal anders zusammen. Bisschen weniger ketzerisch, ein bisschen weniger euronisch. Niemals. Niemals. Unmöglich. Also das ist eine lächerliche Begründung. Also wirklich an Lächerlichkeit nicht zu übertreffen. Man kann relativ zügig, und das ist das, worauf er hier verweist, ich habe jetzt einfach mal heute früh Folgendes gemacht. Ich habe hier mal zwei Webseiten, ohne die zu prüfen übrigens. Also das muss ich dazu sagen, das möchte ich ganz gut sagen. Ich habe einfach nur Tesla, nicht Tesla, Bitcoin, Mining und Renewable Energy, also erneuerbare Energien, habe ich einfach mal gegoogelt. Und habe dann einfach die ersten zwei, drei aufploppenden Webseiten einfach mal aufgemacht, um die hier im Morning Meeting zu teilen, beziehungsweise die, die sich angeboten haben. Und hatte dann den Zusammenhang zum Beispiel ganz interessant gefunden, where does this energy come from? Also wo kommt denn die Energie für Bitcoin-Mining her? Es ist sehr, sehr schön aufgearbeitet hier. Hydroelektrik hier an der Stelle, also auch nach einzelnen Kontinenten aufgeschlüsselt. Asia, Asia-Pacific, Europe, Latin America and Caribbean, beziehungsweise Nordamerika, Natural Gas, Coal, Windenergie, also Kohle, na, Kohle, beziehungsweise Erdgas an der Stelle, Öl, Nuklear, Solarenergie und so weiter. Geothermisch. Und nun ja, also wenn man sich das jetzt mal hier betrachtet, dann sehen wir ja, Kohle spielt da eine ganz, ganz wesentliche Rolle. Aber das sind Informationen, die ist wesentlich früher verfügbar. Das ist eine Studie, die auf den Weg gebracht worden ist. Die Quelle ist die University of Cambridge. Also das ist Cambridge, die Universität, die jeder schon mal irgendwie so im Entfernten mal sicherlich gehört hat. Und das ist ein Report von 2020. Also ich gehe mal davon aus, als der veröffentlicht worden ist, da hat da auch ein gewisser Elon Musk Zugang zu dem, beziehungsweise Tesla, beziehungsweise seine PR-Berater oder wer auch immer dort dann solch einen Schritt eben entsprechend mitträgt oder ihn darum in dieser Hinsicht eben berät. Dass Kohle da eine wesentliche Rolle spielt, steht hier außer Frage. Aber es ist eben auch so, dass, und da gibt es durchaus andere Betrachter zum Beispiel, oder Betrachtungen, die eben zeigen, dass ein großer Fokus hier auf erneuerbaren Energien eben tatsächlich liegt. Und dass ein Großteil sogar grüne Energie ist, beziehungsweise mining Bitcoin will become a key part of global clean energy future. Also das Minen von Bitcoin steht hier, wird ein Schlüssel in Bezug auf die globale, saubere Energiezukunft sein. Und das ist ein Statement, das ist nicht von irgendwem, sondern das ist von einem gewissen Jack Dorsey. Jack Dorsey, das ist der CEO von Twitter und der CEO von Square. Und Square wiederum ist eine Firma, die jetzt vor kurzem Quartalszahlen veröffentlicht hat, wir hatten das mal hier in einem Quartalsbericht, beziehungsweise auch Trading Setup zum Thema gemacht. Square ist ein Finanzdienstleister, ein Fintech im Bereich auch Zahlungsdienstleistungen in diesem Zusammenhang, die ebenfalls einen Teil ihrer Bilanz in Bitcoin haben, Querstrich in diesem Zusammenhang, Zahlungen in Bitcoin akzeptieren. Also das ist nicht irgendwer, der solch ein Statement macht. Und was noch viel, viel brisanter ist in diesem Zusammenhang, nun schaut mal hier, da gab es einen Jack Dorsey, der hat da mit Twitter ein bisschen eine Verbandelung und der schreibt hier, Bitcoin incentivizes renewable energy. Und hier Square Crypto, also seine Firma, die er dort retweetet an der Stelle, if Bitcoin needs anything, also wenn Bitcoin irgendetwas benötigt, it's more white papers, dann ist es mehr weißes Papier. In this one, Square, das ist die Firma, beziehungsweise ARK Invest, das ist der ETF hier, dieser ETF von Katie Wood. Also man sieht auch hier die Verbandelung mit solchen Powerhäusern, wie Square, Querstrich mit Twitter und Jack Dorsey, ist definitiv gegeben. Deswegen ist auch die aktuelle Entwicklung und das einseitige Portfolio von ARK hier in dem Zusammenhang nicht zu unterschätzen, weil eben die Reichweite derart ist. Die beiden Firmen, also Square und ARK, team up to argue for Bitcoin. Also die verbrüdern sich, beziehungsweise die arbeiten hier zusammen, um für Bitcoin zu argumentieren as a key driver of renewable energy's future. Also die für Bitcoin sich aussprechen als einer der Schlüsseltreiber für eben erneuerbare Energien, querstrich die Zukunft dieser erneuerbaren Energien. So, jetzt habt ihr gar nicht darauf geachtet. Ihr guckt die ganze Zeit auf das, wo ich hier mit der Maus spiele. Guckt mal ein bisschen tiefer, wer da zu schreibt. Elon Musk. Also, Elon Musk schreibt auf diesen Tweet von Jack Dorsey im Hinblick auf diese Schlüsselrolle, die Bitcoin im Hinblick auf erneuerbare Energien spielt und eine grüne, saubere Energie, Zukunft, schreibt er True. Er ist sich dessen bewusst, dass einerseits zwar, das steht jetzt hier nicht, aber das sollte klar sein, also wie gesagt, diese Paper zeigen es ja, dass Kohle zwar in diesem Zusammenhang eine Rolle spielt, aber nichtsdestotrotz, dass eben durch die Gesamtstruktur, und da bin ich aber nicht so tief in der Materie drin, also mir offenbart sich hier nur ein Widerspruch, auf den ich hinweisen will. Also, ich weiß nicht genau, wie sich jetzt die Struktur im Hinblick auf das Mine von Bitcoin darstellt, wo die Energie wirklich herkommt. Aber ich gehe mal davon aus, man kann unterm Strich wahrscheinlich sehr grob sagen, Kohle wird eine Rolle spielen. Warum spielt Kohle eine so große Rolle? Nun, weil China eine so große Rolle spielt in diesem Zusammenhang hier. Und zwar Annual Electricity Consumption und bla bla bla. Also, China spielt in diesem Zusammenhang eine ganz, ganz wesentliche Rolle, auch im Hinblick auf das Mine von Bitcoin. Und China bezieht einen Großteil seiner Energie aus fossilen Brennstoffen, wie Kohle. Also, demnach spielt natürlich dann in diesem Zusammenhang auch Kohle eine ganz, ganz wesentliche Rolle, im Hinblick auf das Bitcoin-Mining. Nichtsdestotrotz ist über kurz oder lang davon auszugehen, dass man hier in Bezug auf erneuerbare Energien einen großen Fokus hat und auch viel Potenzial für vielleicht eine, ich sag mal, grüne Energierevolution besitzt. Und wer, wenn nicht dann Elon Musk, ist denn derjenige welche, der in diesem Zusammenhang als vielleicht sogar Sprachrohr hierfür fungieren könnte? Und wer, wenn nicht Tesla, hat denn ein Mehrsinn oder Mehrvision an der Stelle, in einen entsprechenden Bitcoin zu investieren beziehungsweise Zahlungen in Bitcoin zu akzeptieren beispielsweise? Oder einen Teil seiner Cashreserven mit Aussicht auf vielleicht die Ablösung des US-Dollars als Weltreserve-Währung eben zu investieren? Das bedeutet also jetzt anders formuliert, dieses Statement hier, das stimmt vorne und hinten nicht. Da wird irgendetwas im Hintergrund gelaufen sein, was nicht zu unterschätzen ist im Hinblick auf, und da sind wir nämlich dann auf die Komponente, jetzt kommt natürlich der erste Gedanke, dann heißt es, nun ja, vielleicht hat das ja damit zu tun, Musk ist ja schon in der Vergangenheit hier bekannt gewesen, dass er zum Beispiel Bitcoin als nicht nachhaltig oder sonst dergleichen abgetan hat. Es gab einen scharfen Dip, der dann, wie sich dann in der späteren im Quartalsbericht jetzt herauskristallisiert hat, der offenbar geworden ist, der dann fungiert hat, oder wo Tesla als Käufer plötzlich auftrat, eben von Bitcoin, das dann eine entsprechend spekulative Gewinne nach sich gezogen hat und dergleichen. Und da kommt so ein bisschen jetzt die Überlegung auf, dass es da vielleicht einfach nur gewünscht ist, einen kurzen Sellout durch solch eine News eben nach sich zu ziehen, nur um dann nochmal günstig Bitcoin einzukaufen. Ich glaube aber, dass diese Überlegung hier, wenn überhaupt nur eine ganz, ganz untergeordnete Rolle spielen wird, das wird eher so sein, jetzt mal sehr bildlich gesprochen, ich habe es auch heute früher schon im Forum geschrieben, das wird sehr bildlich gesprochen, auch wenn es rein spekulativ so gewesen sein, da werden wahrscheinlich einfach drei Herrschaften, gut gekleidet, schwarzen Anzügen mit schwarzer Sonnenbrille und einem Aktenkoffer gekommen sein, die werden gesagt haben, guten Tag Herr Musk, schön, dass Sie auch hier sind, nehmen Sie doch bitte mal Platz. Dann wird die Tour zugegangen sein und dann wird man eventuell mal ein kleines Gespräch mit ihm geführt haben. Denn wir müssen uns immer vor Augen führen, Bitcoin ist, und das haben auch diverse Kommentare von Notenbankern, erinnern wir uns an Christine Lagarde, EZB-Präsidentin zum Beispiel. Christine Lagarde hatte das als Funny Business bezeichnet. Also eine zutiefst arrogante Äußerung, die Stimmen nach Regulierung des Kryptobereiches werden immer größer. Wir haben eine dezentrale Währung an dieser Stelle, die sich nicht eben regulieren lässt, beziehungsweise die nicht von einer zentralen Instanz wie einer Notenbank begeben wird, sondern die sich eben zutiefst demokratisch präsentiert. Und wenn man solch eine Währung zulässt oder solch ein Zahlungsmittel zulässt, dann gibt man ein ganz, ganz elementares Machtstück auf, als globale Elite, so möchte ich sie mal bezeichnen. Das gibt man einfach auf. Also wer die Macht übers Geld hat, hat die Macht über die Menschen. So könnte man das jetzt sehr, sehr plump formulieren. Das ist natürlich sehr weitreichend, sehr grob formuliert, aber ich denke, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Und Krypto, querstrich eine dezentrale Währung wie Bitcoin, steht diesem Gedanken komplett konträr entgegen. Und demnach ist diese Krypto-Entwicklung, die da gerade stattfindet, Blockchain-Technologie und dergleichen, die Transparenz, die damit einhergeht, solchen zentralen Instanzen, Notenbanken, ein Dorn im Auge. Und man wird das auf Gedeih und Verderb regulieren, überregulieren, verbieten wollen. Und in diesem Zusammenhang wird man sicherlich auch diese Entwicklung hier im Hinblick auf Tesla, querstrich eben auf Elon Musk, durchaus in Betracht gezogen haben, durch den Einfluss, den er hat, durch seine Person, durch seine Präsenz, durch sein Unternehmen in der globalen Welt. Und in diesem Zusammenhang wird man dort einfach mal kurz die Daumenschrauben angezogen haben und wird eventuell, und da erinnern wir uns dran, also es gibt ja durchaus Fragen, die aufgeworfen werden. Im Zusammenhang mit Tesla zum Beispiel, wo wird das Geld eigentlich verdient? Um im S&P 500 aufgenommen zu werden, was dann ja letztes Jahr im Dezember stattgefunden hat. Wir wollen in dem Zusammenhang noch mal kurz auf den Tesla-Chart hier schauen vielleicht. Du musst vier Quartale in Folge, musst du einen Gewinn ausgewiesen haben. Wo die Gewinne plötzlich herkamen, ist keinem so wirklich nachvollziehbar für einen Autohersteller. Also wir haben dort einen Autohersteller, der plötzlich einen Großteil seines Geschäfts mit zum Beispiel dem Verkauf von Umweltzertifikaten macht. Infolgedessen vier Quartale in Folge profitabel ist und entsprechend dann die Rechnungslegungsstandards, vielleicht nennen wir sie mal, so ausgelegt worden sind, dass sie es ermöglicht haben, dass Tesla in den S&P 500 aufgenommen wird. Der infolgedessen stattgefundene Hype, besonders hier ab November, als sich das herauskristallisierte, wir sind damals noch um 400 Dollar die Aktie gehandelt worden. Die Aktie hat dann hier ein Top-Out gesehen, schon vor Ende des Jahres eigentlich, schon hatte sich der Kurs mehr oder minder fast 50, 60 Prozent beschleunigt gehabt auf der Oberseite, mehr als verdoppelt Anfang, Mitte, Ende Januar diesen Jahres. Diese Kapitalzuflüsse, als dann entsprechend eben ETFs haben, ihr Portfolio entsprechend ausrichten müssen mit der entsprechenden Aufbau von Tesla-Aktien, die gekauft haben werden müssen, um das Portfolio auszurichten und dergleichen. All diese Entwicklungen, die hier stattgefunden haben, ich will nicht so weit gehen und sagen, das sind staatliche Unterstützungsprogramme in irgendeiner Form, die da stattfinden, aber dass es hier um wesentlich mehr gehen dürfte und dass man eventuell jemandem wie Musk nahelegt, seine Brillanz anderweitig aufzuwenden und nicht im Hinblick auf Bitcoin und die damit einhergehenden Konsequenzen auch für dann in diesem Zusammenhang Notenbanken und dass das Rütteln am Machtkomplex Notenbank und an dieser zentralen Instanz des jeweiligen Währungsraums darf da schon davon ausgegangen werden, dass da eventuell diese Ankündigung jetzt eher von anderer Seite lanciert wurde. Nochmal, das ist sehr spekulativ. Ich will mich da auch nicht zu sehr in irgendwelchen Spekulationen verstricken, aber das war das Erste, was ich gedacht habe, als ich dieses Statement gelesen habe. Weil wie gesagt, was du weißt, auch wenn du nicht tief in der Materie drin bist, ist, dass der Bereich Bitcoin nicht per se als Energieverschleuderungsbereich klassifiziert werden sollte, dass die Situation sich hier um ein Vielfaches komplexer darstellt und wie gesagt, sogar im Hinblick auf erneuerbare Energien sich eventuell Türe, Tore öffnen würden, die einiges für unsere Zukunft Positives nach sich ziehen könnten. Und das ist eben etwas, was dann besonders, wenn so in einem Statement als Grund dafür herangezogen wird, was ihm auch vorher klar gewesen sein wird, einfach arge Zweifel darin aufkommen lässt, ob das sich so zugetragen hat, wie es sich eben zugetragen hat. Also das in diesem Zusammenhang, wer sich gefragt hat, was war da jetzt in diesem Zusammenhang, also was ist gewesen im Hinblick auf Bitcoin? Und wo kam dieser Flash her? Hat das Auswirkungen jetzt für Tesla? Werden wir sehen. Also ich wage mich da jetzt aktuell keine große Prognose abzugeben, weil die Korrelation von Bitcoin und Tesla, die war jetzt nie so stark gegeben, nachdem bekannt wurde, dass Musk hier entsprechende Investments auf den Weg bringt, beziehungsweise dass ein Teil der Cashreserven von Tesla in Bitcoin investiert werden soll. Also während Tesla neue Allzeithochs markierte, Entschuldigung, nicht Tesla, Bitcoin, hat Tesla das eben nicht geschafft, durch die entsprechende Zinsentwicklung. Ich glaube, hier wird der Zins gerade eine ganz wesentliche Rolle spielen. Wir sehen auch einen Schlüsselbereich, der gerade angelaufen wird, die 200-Tage-Linie. Sollte die gebrochen werden, infolge weiter anziehender Zinsen und entsprechender Rotation, sich beschleuniger Rotation von Growth in Value, glaube ich, dann besteht eine realistische Chance, dass wir nochmal den Bereich um 530 anlaufen, ja, so Pi mal Daumen, vielleicht sogar eine tiefere Korrektur sehen, die uns unter die 500er Region oder Marke führen könnte. Das wird dann ein spannender Bereich, weil das nämlich aus rein technischer Perspektive natürlich auch Chance-Risiko-Verhältnis-Technisch ein sehr, sehr attraktiver Bereich ist, um sich vielleicht längerfristig long zu positionieren, wenn man diese Growth-Story Tesla noch sieht oder wenn man an diese eben glaubt. Ich glaube, das könnte Chance-Risiko-Verhältnis-Technisch dann ein sehr, sehr interessanter Bereich sein, nachdem dieser erste Versuch hier, gegen die 700 eben eine Geldseite zu finden beziehungsweise einen Abprall zu sehen, eben ausgeblieben ist. Also da werden wir jetzt sehen, wie wir uns im Bereich um die 200-Tage-Linie verhalten in Bezug auf Bitcoin, wie gesagt, gucken wir nochmal ganz kurz, Trading-Technisch, da haben wir diese Schulter-Kopf-Filter-Formation, da haben wir die 50.000er-Region, unter die wir jetzt gerutscht sind. Diese Entwicklung hier, die dort stattfindet, ist meiner Einschätzung nach nicht zu unterschätzen. Key-Level auf der Unterseite ist die 45, also das 45.000er-Level, sollte sich jetzt hier, wir sehen es, also wir sehen einen Rollover, leicht über die 50 laufen wir, aber dann kippen wir wieder entsprechend ab, sollten wir jetzt hier unter die 49.000, ja, machen wir rund 49.000, ein bisschen höher wird der eine oder andere vielleicht die 49.500 sehen, sollten wir da drunter kippen, könnte es nochmal einen Schub auf der Unterseite geben, der nochmal die Tiefs von heute Nacht, diese Übertreibungstiefs, zunächst einmal um 46 anläufen lässt. Und wie gesagt, sollten wir die nicht halten können, dann geht es in den Schlüsselbereich. Also dann ist die Region um 44.500, 45.000, wenn wir unter diesen Bereich fallen, glaube ich, dann besteht eine realistische Chance, dass wir in den Wochenschluss hinein, bis in 40.000, in diese Gefilde eben hier, unter Druck geraten. So, ja, das also zu den Entwicklungen rund um die Märkte, also sei es der Zins oder sei es auch die Entwicklung rund um Bitcoin. im Bitcoin. Gott sei Dank hat da noch ein L gestanden. Martin, ich habe jetzt gerade aufweier. Ja, also Martin schreibt, ich weiß nicht mehr den Namen, aber es gab nach 1929, schreibt Martin in Deutschland einen Bürgermeister, der eine eigene Währung kreiert hat. Das hat wunderbar funktioniert, passt aber der Reichsbank nicht. Müsste ich nachschauen. Also bin ich raus, so gut ist mein Geschichtswissen nicht. Aber dann schreibt er weiter, der Bürgermeister wurde, glaube ich, verhaftet und weggeschlossen. Ich habe weggeschossen gelesen. Also er wurde nur weggeschlossen, ja. Also, ah, das Wunder von Vogel. Okay, in Ordnung. Das schaue ich mir mal an. Das hört sich interessant an. Das hört sich interessant an. Ja, da blicke ich da mal. Schaue ich mal, schaue ich mal, dass ich noch ein paar Informationen bekomme. Ja, also, ich hoffe, dass ich habe ein wenig euch Freude bereiten können. Heute am Vatertag. Also, meine Frau sagte schon, ja, alle Väter, die gehen heute irgendwie ziehen um die Häuser und du arbeitest. Dafür müsste das, was ich hier mache, tatsächlich Arbeit sein. Also ich sehe das gar nicht als Arbeit. Mir macht es Spaß, wenn ich morgens mit so einem Tweet wach werde und so fort, um sich neue Möglichkeiten eben hier bieten, eben die Märkte zu analysieren und dergleichen. Ich sehe nicht, was daran Arbeit ist, ehrlich gesagt. Ja, aber jetzt geht es mal ganz kurz um eine kleine Brücke mit meinen Jungs zu machen. Also, ich wünsche euch auf jeden Fall happy Trading. Passt auf eure Stops auf. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like hier. Abonniert gerne den Kanal. Morgen am Freitag gibt es natürlich wieder, wie gewohnt, das Morning Meeting um 10.30 Uhr. Und, ja, soweit meinerseits. Also, wie gesagt, Kommentare gerne unterhalb des Videos, auch in Bezug auf eure Einschätzung, auf das, was ich gerade präsentiert habe, hier im Hinblick auf Bitcoin, Musk und meine Gedanken diesbezüglich nochmal. Das ist rein spekulativ, aber ich finde, macht im Gesamtkontext irgendwie mehr Sinn? Fragezeichen. Also, beziehungsweise scheint irgendwie vor dem Hintergrund dessen, dass man das hätte hinsichtlich der Energieverwendung von Bitcoin durchaus hätte vorher wissen können. Scheint das durchaus etwas zu sein, was hier in Betracht hätte gezogen werden können. So, und, ja, also wir hören uns morgen wieder 10.30 Uhr. Happy Trading. Passt auf, was du aufst. Habt euch wohl. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.